Sie brachten die Gefahr in unser Land, denn jeder Unbekannte, der her landet, bringt nichts als Unheil uns, mit Mord und Brand. Zu was hat dieser Grieche mich gebracht? Soll er bei seinem Kampf krepieren? Das wär der rechte Lohn für diesen Hurensohn! Jason, Idas, Telamon. Aus Griechenland. Mit einem höflichen Gesuch. Zu höflich, dass ich es nicht wissen darf? Mit dir! Mein königlicher Onkel Pelias hat mir befohlen, das goldene Vlies von dir zu holen. Wie kannst du mir das antun? Es tut mir wirklich leid. Thor, weg mit ihm! Ich sage, wir fahren nach Hause. Jetzt sofort braucht. Idas hat recht. Großer Knie, ich verzeihung! Hab ich dich was gefragt! Er wird sich nicht an sein Versprechen halten. Das goldene Vlies ist dir verloren, Vieh! Misstraust du mir? Schau mich doch wenigstens noch einmal an! Möchten Kniefra, schönes Dassaultee. Alle haben mich davor gewarnt. Mit dir! Papa hat es mir sogar verboten. Du feiger Plumper Hinterfotzgesack! Er hat Angst, dass du mir was antust. Aber ich kann nicht glauben, dass du so bist. Du machst den Leuten Angst. Und du sorgst dafür, dass diese Angst immer größer wird. Ich will auch nur, dass du mich liebst. Alles, was ich will, ist eine Familie. Sie in der... Den Nachhalt in Person. Wer warst du mit? Untertitelung des ZDF, 2020